Kim Kardashian war mit Kanye West in Los Angeles unterwegs und sie war ohne Make-up zu sehen. Der kurvenreiche Reality-Star und ihr Liebster waren gemeinsam einkaufen. Sicherlich hatten sie eine tolle Weihnachtsfeier. Die 33-Jährige zeigte ihre festliche Ausbeute. Sie zeigte auch ihre Designer-Handtasche, die sie von Jeezy bekommen hat. Die frische Mutter zeigte auf Instagram ihre Tasche, auf der ein aufgemalter Hermes mit nackten Schönheiten zu sehen ist. Sicherlich hatten die Kardashians einen vollen Feiertagskalender. Sie waren alle auf der alljährlichen Weihnachtsparty von Kris Jenner. Kim und Kanye sind wirklich ein tolles Paar. Sie haben dieses süße Bild auf Instagram gepostet. Sicherlich wird es ein wunderbares Jahr für die beiden. Bis zum nächsten Mal.